In die Ecke kommt...Tor für Ajax Amsterdam! David Neres...Und jetzt die Chance! Andorfinium! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff! Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen! Jetzt der Schuss! Und er ist drin! Den schießt er schön flach in die Ecke! Klasse Tor! Schön ins Eck verwandelt! Gefährlich! Jetzt vielleicht die Flanke! Ja, Flanke kommt kurz! Geht da noch was? Ja, der Rückstand ist enorm, ich glaube ich! Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung! Schöne Vorlage im 16er! Hier nochmal gut zu sehen! Ja, er behält die Übersicht und setzt den Wittspieler perfekt ein! Was für eine Aktion! Da hat wirklich... Und ihm geht heute sehr viel Gefahr aus! Haben Sie natürlich auch erkannt! Doppeldenkung jetzt! Ziel einfach mal! Der ist drin! Nichts zu halten bei diesem Schuss! Top platziert in den Winkeln! Und jetzt die Chance! Ein fantastisches Tor! Treffer zählt nicht! Da ist die Fahne oben! Doppeldealt! Woher geht jetzt... Doppeldealt! Ich will jetzt hier wieder wenig Besuchs całkappen! Viel vorwärtsater Pam jetzt! Zieht ab! Unter§abend, das Tor! Sie haben so eine Spielfreude! Kein Wunder, dass Sie hier noch ein Tor gemacht haben. Sie legen hier noch ein Start.